In Sachen Corona hat sich scheinbar überhaupt nichts verändert. Zweieinhalb Jahre nach Ausbruch der Pandemie kämpfen weiter das Team Vorsicht gegen das Team Freiheit. Freiheit, das ist zum Beispiel der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen. Der will die Isolationspflicht bei einer symptomfreien Corona-Infektion abschaffen und bekommt dafür Applaus von FDP-Vize Kubicki. Im Team Vorsicht ist der Bundesgesundheitsminister. Unsere Kommentatorin Barbara Kostolnik gibt Karl Lauterbach recht. Andreas Gassen ist kein Freund diplomatischer Floskeln. Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung provoziert gerne und sagt da auch schon mal so Sachen wie Corona ist eher eine mediale als eine medizinisch relevante Infektion. Oder Maske tragen, um sich vor dem Virus zu schützen, da kann ich ja gleich einen Hut aufsetzen. Zugegeben, das hat Gassen zu Beginn der Pandemie von sich gegeben. Da gab es wenig Masken und noch weniger wissenschaftliche Erkenntnis. Zum Beispiel die, dass Masken eben sehr wohl gegen Corona helfen. Der Erkenntnisstand in Sachen Corona ist mittlerweile weit fortgeschritten. Gassen aber schert das nicht, beziehungsweise Gassen provoziert lieber weiter. Jetzt mit dem vollkommen irren Vorschlag, die Isolationspflicht bei denjenigen Corona-Infizierten, die keine Symptome aufweisen, einfach zu ignorieren. Gassens Argument, zu viele dieser Leute sitzen infiziert zu Hause herum, erzeugen daher Personalengpässe, übrigens auch in Kliniken. Dabei könnten sie doch arbeiten gehen, wenn sie sich gesund fühlten. Wie bei anderen Infektionskrankheiten auch. Der Mann, das sei noch einmal betont, ist der Chef der deutschen Kassenärzte und kein stramm ideologisierter Querdenker mit Neigung zu AfD oder FDP. Die FDP jedenfalls klatschte sofort Beifall. Ihr Gesundheitsexperte Andrew Ullmann, auch ein Mediziner, stieß ins gleiche Horn. Die Isolationsdauer solle künftig eine medizinische und individuelle Entscheidung sein und nicht mehr von staatlicher Seite fixiert. So könne man zu einer gewissen Normalität und Unaufgeregtheit zurückkehren. Dass die Corona-Fallzahlen durch die Decke gehen, dass Post-Covid und Long-Covid die Menschen und das Gesundheitssystem lahmlegen und auch auf lange Sicht hohe Kosten entstehen, egal, der Staat soll sich raushalten. Dass die FDP so denkt, entspricht ihrem liberalen Motto der so wichtigen Eigenverantwortung. Dass Gassen so denkt, ist ein Unding. Der Chef der Kassenärzte verharmlost Corona wieder besseres Wissen. Die derzeit grassierende Omikron-Variante ist so ansteckend wie kaum eine andere zuvor. Nicht auszudenken, wenn die Infizierten sich einfach unters Volk mischen und ihre Viren wissentlich weitergeben dürfen. Personalnotstand und Krankenstand werden dadurch sicher nicht kleiner. Dass Gassen keinen Gedanken an Schutzbedürftige verschwendet, die dann noch höherer Infektionsgefahr ausgesetzt sind, macht seine Vorschläge nur noch ungeheuerlicher. Der Mann mag sich als Verfechter des deutlichen Wortes sehen. In Wahrheit ist er eine Zumutung. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020